Jetzt zeige ich euch, wie man die Datenbank Statista benutzt. Ihr geht erst mal wieder auf die Homepage der Bibliothek und dort auf Recherche, dann auf Datenbanken. Es öffnet sich das Datenbank Infosystem und ihr gebt in den einfachen Suchschlitz Statista ein. Hier bekommt ihr eine kurze Nachricht, dass diese Datenbank im Campusnetz der Hochschule verfügbar ist. Was bedeutet, dass ihr euch, bevor ihr diese Datenbank nutzen könnt, erst einmal anmelden müsst. Wenn ihr jetzt auf den Link Statista klickt, öffnet sich eine Detailansicht, in der ihr über den Inhalt und die Fachgebiete dieser Datenbank informiert werdet. Unter Recherche starten findet ihr den Link zur Datenbank. Hier gibt es einen einfachen Suchschlitz und hier gebt ihr euren Suchbegriff ein. Ich gebe jetzt mal Migration ein, gehe auf Statista Suche und im mittleren Teil seht ihr die Suchergebnisse. Im oberen Teil findet ihr noch unterschiedliche Angaben, die ihr verändern könnt, voreingestelltes Relevanz. Ihr könnt aber auch das Veröffentlichungsdatum eingeben oder Popularität. Dann unter Datenbanken könnt ihr eingeben deutsche Inhalte, englische Inhalte oder lasst euch beides anzeigen. Und dann gibt es noch den Standortfokus, den ich hier auf Deutschland eingestellt habe, den ihr aber eben, ihr könnt alle Länder durchsuchen oder ihr könnt auch ganz spezielle Länder auswählen. Dann geht ihr auf Suche aktualisieren. Die Suchergebnisse sind jetzt anders angeordnet und als nächstes müsst ihr euch die Statistik aussuchen, die für euch relevant ist. Hier nehme ich Asylanträge, Jahreswerte bis 2020. Sofort wird die Statistik angezeigt. Manchmal seht ihr im unteren Teil der Seite noch einen Link, Statistik ausklappen. Da klickt ihr drauf und dann bekommt ihr auch die Werte ab 1995. Rechts der Statistik sind noch ein paar Buttons, die ihr anklicken könnt. Einmal die unterschiedlichen Anzeigemöglichkeiten der Statistik. Dann könnt ihr die Statistik auf Social Media Kanälen weiter verbreiten oder ihr könnt euch angucken, wie ihr diese Statistik in eurer Arbeit zitieren müsst. Oder natürlich könnt ihr euch die Statistik inklusive Beschreibung und Metadaten ausdrucken. Des Weiteren ist es möglich, sich die Statistik als PDF-Datei anzeigen zu lassen. Ich zeige das jetzt hier mal. Wird natürlich im Acrobat Reader geöffnet. Das sieht dann so aus. Das könnt ihr dann auch in eure Datei einfügen. Mit der Excel-Datei bekommt ihr nicht nur die statistischen Daten angezeigt, sondern auch Quellenangaben, Veröffentlichung und eine Beschreibung. Zu den Daten kommt ihr entweder zu dem Link, Moment, auf der linken Seite zu den Daten oder aber im unteren Bereich über die einzelnen Reiter Übersicht und Daten. Jetzt könnt ihr euch das auch als Fotodatei ansehen. Auch das kann man ja gut in andere Dateien einfügen. Oder aber man lässt sich davon eine PowerPoint-Präsentation erstellen. Auch hier alles sehr komfortabel, von den statistischen Daten bis hin zu den Erklärungen, wer was, warum gemacht hat. Was ihr auch hier findet, das ist die Quelle, den Herkunftsverweis und das Veröffentlichungsdatum. Weitere Details, welche Region, welcher Erhebungszeitraum und so weiter und so fort. Und einige Fragen zu der Statistik, wie die Daten erhoben wurden und wie aktuell die Daten sind und so weiter. Im unteren Bereich findet ihr dann auch noch eine Zusammenfassung zu dieser Statistik. Und am Ende der Seite findet ihr noch weitere Statistiken zu dem Thema. Ihr seht, eine ganz einfache, einfach zu benutzende Datenbank, die euch schnell statistische Daten für eure Arbeiten liefern kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.